Eine super Übung für Kraft und Stabilität ist der Liegestütz, der Push-Up. Wir werden ihn gleich anschauen, wie er funktioniert. Bitte fühlt es ihn richtig aus, da hört es sich nicht an. Wir stellen uns auch wieder Schulterbreit auf, gehen auf den Boden, nach vorn, die Daumen zeigen leicht nach vorne, auch einmal sein Schulterbreit und dann das Becken leicht nach vorkippen, den Rücken gerade ausstrecken und dann gehen wir nach unten, auf den Boden, und dann wieder auf. Das Wichtige dabei, lasst die Arme nicht vom Körper entlang gehen, oder so seitlich raus, sondern so im 45 Grad Winkel und drückt euch mit der Ausatmung wieder nach oben. Wir machen das nochmal, wir gehen runter, nach vorn, Daumen zeigen leicht nach vorne, Schulterbreite, Arme, Becken nach vorn ziehen, Schultern nach oben drücken und und dann gehen wir runter und auf. Perfekt! Und das so oft wie möglich. Bein hält! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!